Musik Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewalt schlatter Rhythmus. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinen. Und jetzt um. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Die Strohle, Ehre! Sollte Eitelzahlen hindern, selbstständig zu denken? Fegelein! Verzucht sie, ne? Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Staatsaufwand. Allein dafür müsste man nicht auf die Wand stellen! Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen! Bildschirm! Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausgleichen. Besetzt haben wir in diesem Eisermeld gesetzt der Naturgehorchen stets, wie er das mit Gefühl versagt. Die Gruppe Steiner! Die Gruppe Steiner! Die Gruppe Steiner! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Gänerei, der Gesacke, neust des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird. Es ist mein Wille. Ja, vielleicht schon da. Ja, 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 ja. Aber mein Führer, die 12. Armee erschiebt nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Ja, dann entlösen wir die Westen von Ihnen ab. Siegert. Mein Führer, nein, mein Führer, ich glaube es. Er ist nicht der Lippung ein. Entschubert, Siegert. Schau, wir uns haben die Garten, möglich gemacht. Ein maler Marschion, der vielleicht schon fast. Ein maler Marschion. Die Logik, der verlauert. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Burnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marschdorf-Karzthaus gelaufen. Wenn der Pankow steigt, will das alles in Ordnung kommen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Ja, 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 ja! Bringen Sie mir, Fägelein! 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 Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Ja, vielleicht schon dort! Dort! Sie ist ohne Ehre! Um sich zu optimisieren, da haben wir den Krass! Maximal ein bis zwei Tage. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Das war ein Befehl! Der andere steigert mal ein Befehl! Feindlinge! Verrat! Verrat! Ruby! Sie ist ohne Ehre! Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Aber mein Führer, die 12. Armee erschiebt nach Westen, Richtung Elbe! Dann sollt ihr Armee bekehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront! Haben Sie noch zwei Fälle an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrutscht! Untertitelung des ZDF für funk, 2017